Hallo, ich bin Lisa und das ist meine beste Freundin Alice. Sie würde bestimmt nicht so fröhlich sein, wenn sie wüsste, was ihr gleich passieren wird. Wenn sie wissen würde, was gleich auf sie zukommt, würde ihr das Lachen bestimmt vergehen. Nach der fiesen Attacke von gestern werde ich ihre Nachtcreme etwas manipulieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dieser Aktion sind wir endgültig quitt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020